In der Weihnachtszeit wird in vielen Küchen ein Weihnachtskuchen gebacken. Wie heißt dieser traditionelle Weihnachtskuchen? Erstens Weihnachtsstollen, zweitens Weihnachtskeks oder drittens Weihnachtstorte. Und die richtige Antwort lautet Weihnachtsstollen. Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zum traditionellen Weihnachtsfest? Ist es A, ein Stiefel mit Süßigkeiten? Oder B, ein Nussknacker mit Apresine? Oder C, ein Kranz mit Kerzen? Die richtige Antwort ist A, ein Stiefel mit Süßigkeiten. Um das Warten auf den Weihnachtsmann in der Weihnachtszeit zu verkürzen, schickt der Weihnachtsmann immer ein kleines Geschenk ab dem 1. Dezember. Wo findet man dieses Geschenk? Erstens im Stiefel. Zweitens unter dem Bett. Oder drittens im Kalender. Die richtige Antwort lautet... Drittens im Kalender.